ich bin ein noob ich bin ein noob ich weiß so wenn ihr alle raus seid sagt bescheid entschuldigung du bist zu leise du musst lauter sprechen das hat der dave gesagt nicht du so seid ihr alle wieder im menü uwe bist du im menü so cool ist auch im menü so noch mal ich muss ja erst mal warte mal ich muss erst mal umstellen auf miet mod so okay man das ist ja jetzt peinlich hier host new game ja es tut mir leid ja entschuldigung aber passiert halt mal live is live passieren meist die merkwürdigsten dinge so lobby in white friends so bopferrock und da uwe bitteschön bobby ist schon in der lobby auf ein neues wir stürzen gleich noch mal ab okay wir starten jetzt scheißen dreck alter das kanal ist umzustellen naja was soll es und das nächste mal krieg so aufs weil ich vergessen habe wieder in den veganen mut zu stellen ganze glauben so wir laden und wir stürzen ab den absturz werden wir jetzt aber nicht nur mal neu zeigen okay so hat das kind mitgenommen hat das kind mit ihnen ja und der dave hat gesagt er soll es nicht essen nein er soll es nicht essen das bin ich schwarz als die schwarze der dave hat noch eine nachricht hinterlassen bitte nicht das kind verspeisen ich weiß nicht ob es ist bei mir steht steht kunden connect server leute macht kein modern tschuldigung wenn wir jetzt ja ihr lieben ihr seht das ist samstag und wir kommen nur einmal die woche raus ja und die beiden jungs die können jetzt hier bei mir nicht connecten das heißt ich muss noch mal vollständig raus hier tut mir leid ich kann ja so einladen genau nein uwe seid bist du auch im menü genau wenn ihr im menü seid sagt mir bescheid ich werde euch denn so noch mal eine einladung schicken du bist drin okay keule zum spiel einladen okay so bist du im menü auch da laufen sie schon leck mich am arsch ja ich hab schon laufen sehen die sind schon da alles klar du bist im menü ich hab jetzt gerade erst eine einladung geschickt jetzt vor eine nanosekunde wieder auf new jetzt ja ja bitte auf new genau so ich werde mal schnell alles leer fressen bevor die anderen bin kommen ja ja das kann sein dass wir noch mal abstürzen müssen ja ja das ist ja mein reden ja freunde wir spielen gleich mikado ja das ist das forest freunde zwei jahre in der alpha und das hat sich nichts getan aber trotzdem geiles spiel kann man nicht meckern guck mal die haben auch neue kissen hier ach und die handtasche die rote handtasche hallo schatz möchtest du was von meinem dürften beide wasser haben brauchst du noch lippenstift und kommst du rein wie sieht es bei dir aus gut okay freunde ich werde jetzt noch mal unterbrechen ich werde mich jetzt ich werde noch mal brechen gehen und jetzt noch mal komplett normal aus forest rausgehen und forest noch mal neu starten ich hoffe es hat euch gefallen bisher ja das war es dann heute stream ist zu ende ja ich hoffe ihr seid nächste woche wieder dabei ich hoffe euch als gefallen new game so jetzt jeder schon wieder von vorne geht ihr mal auch aus den rossen aus dem forest raus und kommt nochmal neu ok kann ich schon euch einladen ja ja gut in welcher doch in der tat gleich tun so in my friends so bob von rock ich fange jetzt mal mit dem uwe an und jetzt kommt der bob ja so ist halt mit dem licht super ich starte zum dritten mal also es kann sich bis 0 uhr so hinziehen ja die goldene 3 das muss jetzt was werden ja aber auch durch meine schusslichkeit weil ich nicht gleich umgestellt habe in miet mode mensch ich entschuldige mich tausend mal kann ja mal vorkommen menschen ja ja kann ja mal genau kannst du auch noch nicht ihr kriegt erst das bei wenn ich connected bin hast du den port für internet freigegeben ja ja natürlich beziehungsweise feier ja ja alles alles korrekt so gleich geht's los ich sitze im flieger also gleich jetzt ist noch schwarz nein so ja dann klappt jetzt freunde so ich stürze jetzt ab auf ein neues so drei mal abgestürzt dreimal das kind die cloud ich kann nicht mehr ehrlich waren drillinge von drei verschiedenen frauen ja genau ich habe ja jetzt noch eine neue ische kennengelernt die die hat auch noch fünf also können wir noch fünf mal abstürzen so ist das nicht ja meine die kannibalen müssen auch von irgendwas leben und ich bin hier der haupt hauptlieferant hier so ich habe jetzt hier meine pümpere axt damit pümpere ich jetzt ein bisschen rum wichtig ist dass wenn ihr nachher hier draußen seid koffer öffnen alles mitnehmen was du kriegen kannst dann ist ja der bildschirm dunkel und dann kommen halt nur noch die töne raus ja genau so ja wie gesagt büsche bitte alle klopfen weil du brauchst du musst du kannst mal so richtig auf den busch hauen ja wir haben jetzt das spiel zum zweitmal sind wir jetzt hier so weit gekommen ich bin schon wieder schwarz ach siehst du das hört sich jetzt so an als hätte ich was dagegen aber nein wollte schon immer mal schwarz ich häuptlingen bummerbar ist ein freund von mir ja wir sind ja auch auf so vor ist wir sind nackt im wald so wir sind noch koffer die werde ich auch alle öffnen hier close medizin das kann man einfach nicht genug haben hier ja ihr kennt ihr wisst ihr habt ja selber hier sehen so blümchen nehmen wir auch mit nimmt euch stickies mit zehn stück könnt ihr aufnehmen ebenso viele steine wenn ihr schon steine habt würde ich die erst mal kraften mit genau und wo es kann man auch gleich machen genau also ich muss ja dazu sagen dich hört man nicht in der letzten live stream die welt gefallen einfach runter und unter dem wald war echt nicht lustig sah extrem geil aus wir haben wir haben das große glück wo ich habe nur rote blumen wir haben das große glück in vom strand zu sein also am heiligenbaum da können wir uns dann ja auch schön breit machen würde ich sagen du hast du alle wäre gefunden alter lass uns mal noch ein paar fisch ist mitnehmen hier ist ein ja genau unbedingt die brauchen wir zum feuer machen und laut was habe ich gemacht als jeder nicht da ist für jeden sperder ich habe glaube ich schon eine opfung ja ich habe eine opfung so ich habe schon mal drei fisch ist da bin ich glücklich ich freue mir und jetzt geht los in richtung strand ihr könnt ein paar fische sammeln ich gehe schon mal kicken hier vorne entschuldigung so mit blumen blumen sammeln ist hoch schweine wichtig hier ist noch ein top freunde und geld ja da hinten ist nämlich ein kiosk ja so ein alter tante emma laden da können wir den einkaufen gehen nein natürlich nicht aber was ich mache ich werde mal schon mal ein paar mollis basteln ja die sind wir du nicht wir sind ganz nützlich wenn die ureinwohner dann drin das sieht immer richtig cool aus ja schon echt herrlich blümchen und das sind für bären ich habe ihren bärenbusch aber ohne bären wenn er wenn er brummt stehen lassen welche farbe werden die bären werden bei mir nicht angezeigt ja da habe ich auch ein paar büsche von bei mir überhaupt nicht ich habe nur rote bei mir warte ich muss noch geld mitnehmen damit mir noch ein paar bomben bauen kann oder in köhle bei mir nicht das wie immer ich habe mal wieder die arschkarte gezogen ist klar ich habe gedacht da kommt schon der erste uhr einbwohner älter nimmt mit wo denn wo ist nett stimmt ja so war das ja quelle wo ja hier sind zwei stück ich habe gar nicht nein ich meine ober so naja der bleibt ja liegen wir wurden ich hier auch mal hier und da liegt gut durch hier auf einmal kohle um die nicht auch noch können wir uns können man schwarz meinen wo man nicht lange rum fackeln habe ich doch gesagt im den topf mit nicht nur ich lebe dann noch nie der tennis schläger du wirst wurde ist freunde waren ich habe gedacht ich habe gehört aber ja gut so warte mal ich werde mir noch ein paar mullis bauen so okay mehr geht nicht dann kann ich die flasche auch noch aufheben aber freunde wir sollten echt langsam zum strand weil es wird mich bei dunkel und wenn wir da ein paar bände aufbauen müssen wir schon mal ein shelter bauen etwa wenigstens schlafen können